Sehr gut. Ganz, ganz toll, ganz beeindruckender Film. Wunderbar, es war sehr erfüllend. Die Energie, die darüber kommt, die Liebe von den Leuten, von den Heilern, von den behaltenen Patienten. Es war wirklich das zu sehen. Der Film hat so viel Liebe in einem geweckt. Das Gefühl war fast als wärmer da. Ich konnte wirklich die Emotionen von den Heilern fühlen und auch von denen, die geheilt wurden. Es war einfach bewegend. Es hat mir super, super gut gefallen. Man hat richtig gesehen, wie glücklich die alle waren. Ganz beeindruckend waren eigentlich diese Erfolge, die da zu sehen sind und die Menschen. Die Energie, die fließt, die Liebe, die da in den Dinges und wie die Heiler auch so zusammengewachsen sind. Total überwältigt. Die Filmfamilie ist ganz, ganz toll. Mir auch gewünscht, mitgereist zu sein. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, dass Sie den Heilern einfach jetzt den Weg ein Stück weit wieder frei gemacht haben. Hervorragend. Du hast sehr viele Leute damit berührt. Man hätte am liebsten gleich mitfahren wollen. Dieses Gruppenerlebnis, denke ich, ist einmalig. Ich war zum Schluss wieder zu Tränen gerührt, weil einfach so viel Freude, so viel Liebe, nur durch das Berichten und Zeigen rüberkommt. Es geht unter die Haut und es löst was. Es ist locker. Das Herz fängt an sich zu blühen. Das ist nahe gegangen. Wir sind ein paar Mal fast die Tränen gekommen. Also ich fand es ganz, ganz toll. Habe das super gemacht. Wie hat dir Mama gefallen? Mama war sehr toll, ja. Es war, als wären wir wieder dort. Die Hälfte des Films hatte ich Tränen in den Augen und es hat einen mitgenommen. Also das wäre man fast selber dabei gewesen. Es war sehr berührend. Du verbreitest Heilung und Liebe mit dem Film und zwar in einem Ausmaß, wo man groß ist und davon kann es nicht genug geben. Und wenn man hier sich umguckt, die ganzen Menschen sind so voller Freude und Dankbarkeit und es geht einfach über auf alle Menschen. Und deswegen Dankeschön. Wirklich. Danke. Es war wirklich authentisch. Bei Dokumentarfilm ist immer das Allerschwierigste, dass du das authentisch machen kannst, dass du praktisch unsichtbar bist und dass du die Leute mitnimmst. Ich bin begeistert, was rausgekommen ist und ich bin auch berührt, was ich jetzt für Feedback gehört habe von meinen Freunden, die hier gewesen sind, dass sie auch einen Teil von mir gesehen haben, den ich eben tagtäglich erleben darf. Und ich bin gerade einfach noch ein bisschen geflasht. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind. 230 Gäste. Das heißt, der Saal war wirklich fast voll. Und man sieht es auch jetzt hier an der Stimmung. Es ist Partystimmung. Es ist... Leute freuen sich. Und was ich eben auch festgestellt hatte, dass dieses Strahlen, was eben bei den Heilern zu sehen war auf der Leinwand und eben auch das Strahlen bei den Gehalten zu sehen war auf der Leinwand, das ist reflektiert worden im Publikum. Und hier siehst du eben auch das Berührtsein der Leute. Ich bin genauso begeistert, wie alle, die hier da gewesen sind. Und du und dein Team, wir sollten noch mehr von diesen Filmen machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde, sowas soll es einfach viel öfters geben. Es hat wirklich was mit Substanz und für sowas lohnt es, jetzt Filme zu machen.